hallo leute willkommen zum ersten dezember die größte aufgabe habe ich gemeistert und habe mir zwei punkte gesichert heute wird saints row 4 gespielt also die heutige aufgabe lautet erledige drei schwere challenges mit gold da muss ich mein bestes geben sonst wird daraus nichts und die bestrafung lautet spiele weiter nur mit nahkampf waffen also nur nahkampf waffen wird blöd sein aber ich muss ja nur drei schwere challenges mit gold erledigen um das nicht zuzulassen ihr habt bestimmt gemerkt dass gar kein kommentar eingeblendet wurde es liegt daran dass mein channel noch derzeit eine kleine audienz hat und einfach niemand eine aufgabe oder eine bestrafung für saints row 4 in die kommentare geschrieben hat ich freue mich jederzeit auf dein kommentar auf jeden fall falls du das info video noch nicht gesehen hast dann schau doch mal in der video beschreibung nach wir sehen uns um 19 uhr beim saints row 4 let's game